Hallo und herzlich willkommen auf der Projekteite und ich lebe noch zum Buchprojekt und ich lebe noch. Es gibt wieder einige neue Informationen und deswegen melde ich mich. Als allererstes möchte ich mich bedanken. Wir haben nun über 300 Bücher verkauft. Das freut uns sehr. Das ging in einem Monat und das ist echt toll. Wir haben jetzt 300 Bücher nachbestellt für die nächste Lesung am 28.01. Wir laden euch alle natürlich herzlich dazu ein. Und bitte meldet euch, wenn ihr auf Facebook seid, bei der Veranstaltung an. Die findet ihr ganz einfach beim Kulturverein Lusthoff. Dann gibt es noch zu sagen, auf der Webseite habe ich einen Fehler gefunden. Auf www.und-ich-lebe-noch.dk Unter dem Kontaktformular war kein Sender-Button. Das habe ich jetzt korrigiert. Also ihr könnt uns jetzt Nachrichten schicken, Bücher bestellen oder Presseanfragen stellen. Oder alles was ihr sonst so wollt. Bitte keine Beleidigungen schicken. Dann wollte ich noch darum bitten, alle, die jetzt schon das Buch gelesen haben, und das sind schon ziemlich viele, und die vielleicht auch in der Facebook-Gruppe sind, dass ihr ein paar Kritiken über das Buch auf Amazon online stellt. Das kann man ja als Kunde machen. Also dazu müsst ihr nicht mal das Buch gekauft haben, sondern einfach eine Kritik schreiben, eine kurze. Positiv oder negativ kann man sehen, wie man will. Natürlich freie Meinungsäußerung. Und ja, wir würden uns außerdem noch sehr freuen, wenn einige von euch uns ins Gästebuch schreiben. Das geht natürlich auch ganz einfach. Einfach auf die Gästebuchseite klicken und dann auf zum Gästebuch. Da haben wir bis jetzt leider noch einen Eintrag und einige Aufrufe, aber es würde uns freuen, wenn wir noch mehr Leute reinschreiben, weil Feedback ist immer gut. Naja, es sind noch drei Tage bis Weihnachten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem wann ihr das Video seht. Und ich hoffe, die Informationen reichen jetzt mal. Ich mache natürlich bald wieder ein Video und wir sehen uns dann. Ciao.